Diep, 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 diep. Ach ja, Freunde, was ein wunderschöner Tag, wie heute einfach im Minecraft-Office. Ich meine, schaut euch das mal an, Leute. Die Bäume sind total grün, die Pflanzen wachsen und alles ist echt extrem schön. Oh Mann, ich liebe die Farbe grün. Und Freunde, schaut euch das mal an. Ich habe extrem viele Zutaten mitgebracht, denn heute gehe ich einfach zu Billy und wir werden einen extrem leckeren Kuchen backen. Okay, na los, direkt an Billys Tür kommt ein Billy. Bist du da? Jetzt mach schon auf, Billy. Hallo, Billy? Ich mach noch fertig, Pupsi. Äh, warte mal, was hast du gerade gesagt, Billy? Du machst fertig, Pupsi? Oh Mann, jetzt komm schon raus, Billy. Jetzt mach endlich die Tür auf. Na los, na los, wir wollten noch ein schönes Haar, einen schönen Kuchen backen. Los, los, los. Ja, hallo. Äh, Oxi, was hast du denn hier zu tun? Äh, warte mal, Billy, was geht ab, Bro? Alles klar bei dir? Schau mal, wir können endlich den Kuchen backen, den wir extrem lange schon machen wollten. Wow. Sieh, dass du wegkommst. Äh, warte mal, was sagst du, Billy? Ich soll sehen, dass ich wegkomme. Was ist denn mit dem los, Billy? Hast du irgendwie heute einen schlechten Tag oder so? Das werde ich dir nie verzeihen, was du vorhin zu mir getan hast. Äh, warte mal, zu dir getan habe? Was meinst du bitte, Billy? Was ist los? Und, äh, einen Moment, ist da irgendjemand in der Ecke? Wer ist das denn, bitte? Das ist Willi, mein kleiner Bruder. Er wohnt ab heute hier. Warte mal, wer bist du denn, bitte? Du bist Willi? Ich muss gar nicht, dass du einen kleinen Bruder hast, Billy. Willi, ist das der, der uns alles kaputt gemacht hat? Ja, das ist ja, Willi. Wartet mal, worüber redet ihr bitte, der uns kaputt gemacht hat? Hey, ganz ruhig, dass du wegkommst. Mann, Willi, was ist nur los mit euch? Hörst du, Leute, wir wollen noch heute einen Kuchen backen. Bitte mach nicht die Tür zu. Oh, 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 Mann, Leute, was ist nur heute los mit denen? Und ich wusste nicht, dass Billy einen kleinen Bruder hat. Vielleicht haben die einfach total schlechte Laune. Naja, egal. Wartet mal, Freunde, ich habe eine total gute Idee. Wow, schaut euch das mal an. Hier in das Dorf ist einfach ein neues Mädchen gezogen. Hm, vielleicht kann ich ja mal zu ihr gehen und einfach fragen, ob sie vielleicht mit mir einen Kuchen backen möchte. Freunde, lasst jetzt alle ein Like und ein Abo da, wenn ich da direkt hingehen soll zum neuen Mädchen. Na, los auf drei, Leute. Eins, zwei, drei und probieren. Let's go. Alle haben geliked und abonniert. Vielen, vielen Dank. Oh, Mann, und ich frage mich echt immer noch, was mit Billy und Willi los ist. Naja, egal. Ab geht's zum neuen Mädchen. Wow, schaut euch das mal an. Alenas wunderschönes Haus. Sie heißt also Alena. Okay, wir gehen direkt mal rein. Klopf, klopf, ist irgendjemand da? Auch nicht einfach die Tür aufmachen. Klopf, klopf, ist irgendjemand da? Hallo? Schminke mich nur eben. Komm mal gleich. Äh, wartet mal. Wow, habt ihr ihre Stimme gehört? Das ist also Alena. Äh, okay, ich warte hier. Wow, Freunde, vielleicht will sie ja mit mir einen Kuchen backen. Schreibt mal in die Kommentare rein. Mögt ihr eigentlich auch Kuchen? Wenn ja, dann macht einfach mal in die Kommentare ein Kuchen-Emoji. Na, los, da los. Ich will es wissen, Freunde. Mögt ihr Kuchen? Ja oder nein? Los, 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 los. Und, wow, hinter mir kommt sie schon, Leute. Wie sieht die denn bitte aus? Okay, dann mache ich mal die Tür auf. Warte mal, wer bist du denn? Oh, ähm, hallo. Du bist also Alena. Du bist hier neu in der Stadt, richtig? Mein Name ist Orxy und ich habe gesehen, dass du hier neu eingezogen bist. Kennen wir vielleicht sogar meinen Kuchen backen, hm? Niemals. Ich weiß, was du getan hast. Warte mal, was? Was redest du bitte? Äh, du bist doch die Neue in der Stadt. Geh weg! Äh, wir kennen uns doch gar nicht. Warum behandeln Sie mich denn bitte so? Hä, was ist bitte los mit euch allen? Geh zu, dass du weggehst. Äh, äh, einen Moment, einen Moment. Hör zu. Du bist echt, äh, du siehst echt gut aus. Wirklich, hör zu können wir nicht vielleicht einen Kuchen backen. Wirklich, ich bin echt lieb. Nein, niemals. Oh, Mann. Ähm, darf ich zumindest wissen, was ich getan habe? Ich meine, Billy und Willi waren auch schon total fies zu mir. Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Wirklich. Nein, ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Geh weg! Äh, warte mal. Hey, hör zu. Bitte sag mir schon, was habe ich denn bitte getan? Mann, ich bin ich. Äh, wir kennen uns doch gar nicht. Wirklich. Du wartest, zu meinem Haus zu gehen, obwohl ich gerade erst neu eingezogen bin. Und du wirst bestimmt das machen, was du bei den anderen auch alles gemacht hast. Äh, warte mal. Das machen, was ich bei den anderen auch alles gemacht habe? Nein, nein, nein. Hör mal zu. Ich weiß gar nicht, wo wir es gehen. Kannst du es mir nicht einfach erklären, damit ich es vielleicht ein bisschen besser weiß? Oh, nein. Du weißt selber, was du getan hast. Geh weg! Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Nein! Okay, komm schon. Bitte, bitte, bitte. Nein, niemals. Oh, Mann. Was ist denn los mit allen Freunden? Wow, die sieht sowas von nett aus. Aber irgendwie mag sie mich nicht. Freunde, das habe ich irgendwas Schlimmes getan. Oh, Mann. Das kann doch echt nicht sein, Mann. Vielleicht sollte ich mir einfach wirklich neue Freunde suchen. Das kann doch wirklich nicht sein. Oh, Mann. Ey, Billy, Billy war schon fies zu mir. Und jetzt hier auch noch. Nalo. Äh, warte mal. Freunde, stimmt. Vielleicht wollen ja die Villager mit mir einen Kuchen backen. Ich gehe auch mal zu den Villagern hin. Na, los. Ab zu den Villagern, Freunde. Wie wir alle wissen, die sind immer nett und lieb. Na, los. Bap, bap, bap. Äh, warte mal, Freunde. Wieso hat der eine Villager bitte eine Maske auf? Naja, egal. Ähm, hallo. Entschuldigung, Villager. Könnt ihr vielleicht mit mir einen Kuchen backen? Ich würde auch für euch dafür ganz viel Sparakte geben, okay? Oh, du bist doch der eine grüne Typ, Mann. Äh, warte mal. Der eine grüne Typ. Was meinst du, bitte? Äh, hast du gerade geredet? Oh, ja. Äh, äh, warte mal. Darf ich vielleicht wissen, was los ist? Äh, was habe ich denn bitte gemacht? Ey, geh mal weg, Mann, Alter. Ich werde dir nie wieder irgendwas geben, Mann. Äh, warte mal. Was ist denn bitte los mit dir? Ja, okay. Dann taue ich halt nicht mit dir. Können wir vielleicht was tauschen? Ich habe ein paar Sachen dabei. Ich möchte jetzt eigentlich einen Kuchen backen. Oh, nein. Mit dir tausche ich nicht. Äh, warte mal. Mit mir tauschst du nicht? Wieso das denn? Jeder weiß, was du getan hast. Geh weg. Äh, warte mal. Geh weg. Oh, Mann, Freunde. Was ist nur los mit den ganzen Leuten? Oh, Mann, Freunde. Ich bin echt traurig. Äh, warte mal. Hört ihr das? Äh, da, 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 da. Oh, warte mal. Freunde, das ist Luke. Ich kenne doch Luke. Luke war immer ein total guter Freund. Ey, Luke, Luke, Luke. Ich bin hier vorne. Alles gut bei dir? Hm? Oh, nein. Sag nicht, du bist es. Warte mal, Luke. Was ist denn los? Ich bin's. Oh, sü. Alles gut bei dir? Wollen wir heute zusammen Kuchen backen? Verzieh dich, Mann. Ich gehe jetzt in den Wald und lass mich in Ruhe. Oh, Mann, Luke, Luke, Luke. Was ist denn bitte los? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht, Mann. Ja, ja, ja. Jetzt tust du einen auf unschuldig. Aber jeder weiß, was du getan hast, hä? Was ich getan habe? Hör zu. Ich war bei diesem neuen Mädchen alleine. Heißt, die, glaube ich. Und die hat mich auch einfach verwiesen. Ich weiß, was du getan hast. Na, los. Geh in den Wald und verzieh dich. Na, los. In den Wald gehen. Ey, warte mal. Na, los. Ich gehe ganz schnell zu Luke. Freunde, was ist denn los mit allen? Na, los. Ich gehe ganz schnell zu Luke. Ja, ja. Komm schon hoch. Oh, Mann, Luke. Hör mal zu. Wir können doch echt noch mal drüber reden. Äh, warte mal. Kann du denn kurz hier hochhelfen? Luke? Äh, Luke, was hast du vor? Hey, Luke, pass bitte auf, ja. Das kriegt du zurück, was du getan hast. Ich habe doch gar nichts gemacht. Nein, 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 nein. Oh, nein. Was machst du bitte? Ah, ah, ah. Autsch, Mann. Das hat total weh getan. Dein Ernst? Ja, selbstschuldig. Du hast es dir selbst eingebrockt. Du weißt es ganz genau. Oh, Mann. Was ist denn heute los mit allen? Weißt du was? Sieh einfach zu, dass du wegkommst. Du nervst wirklich und du hast sehr schlimme Sachen gemacht. Warte, Mann, Luke, woher willst du denn bitte? Oh, Mann, Freunde, was ist denn los mit allen? Ganz ehrlich, ich befolge einfach in Luke's Rad und gehe jetzt einfach in den Wald rein, Mann. Ich habe echt keine Lust mehr. Ja, Freunde, im Wald ist alles grün. Hier kann mich bestimmt keiner hassen. Und wow, schaut euch das mal an, Leute. Hier ist einfach ein kleiner, süßer Hund hier. Oh, Gucci, Gucci, go. Komm mal her. Kleiner Gucci, Gucci, go. Oh, Mann, ist der süß. Was, weil, was? Oh, nein, tut mir leid. Ich wollte ihn nicht schlagen. Oh, Mann, ich muss gar schön weg hier. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Los, ganz schnell weg hier. Hör zu, das war echt keine Absicht, ja. Oh, Mann, jetzt mögen mich die Hunde auch nicht. Hey, hör zu, dein Hundekollege greift mich einfach an. Warte mal, du auch noch. Hey, hör zu. Ganz ruhig, Leute. Ich habe euch das angetan. Ah, schnell weg hier. Na, los, ganz schnell weg hier, Freunde. Ich habe nicht mehr viele Herzen. Warte mal, was? Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Oh, nein, oh, nein, oh, nein, Freunde. Ganz schnell nach Hause. Oh, es sieht aus, als würde es gleich jeden Moment anfangen zu blitzen. Oh, Mann, oh, Mann. Ganz schnell ins Dorf rein. Okay, Freunde, du bekommst doch die Suppen dabei. Schnell trinken. Okay, perfekt. Und ab gehst ins Dorf rein. Oh, Mann, äh, warte mal, hört ihr das? Hilfe, Hilfe. Hier sind ganz die Lieblings. Warte mal, was? Oh, nein, meine ganzen Freunde. Winnie, Billy und da vorne die neue Alena. Luke, die werden von Zomys angriffen. Oh, nein, oh, nein, Freunde. Ich muss hier schnell runter und denen helfen. Na, los, na, los, na, los. Ich kann euch doch Hilfe. Oh, nein, oh, nein. Irgendjemand muss uns doch helfen. Okay, ich muss die Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Leute, wartet kurz. Ich muss schnell nach Hause rennen und was holen. Na, los, ich habe eine Idee. Na, los, ganz schnell nach Hause, Freunde. Okay, los, 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 los. Hier vorne muss irgendwo die geheime Kiste sein. Und da vorne ist die Jackpot. Okay, sehr gut. Und zack, direkt angehen. 7, 8, 7, 8 war mein Code. Und boom, ey. Da vorne ist es, Freunde. Schaut euch das an. Damit werde ich meine ganzen Freunde ganz bestimmt retten. Bam, bam. Direkt in meine Vintar rein. Und? Schnell, 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 schnell. Okay, sehr gut, Freunde. Hier vorne ist meine Schildgrünausrüstung. Bam, bam, bam. Direkt anziehen. Zack, zack, zack. Und bam, perfekt, Freunde. Und hier vorne noch mein richtig cooles Snazar-Ride-Schwert. Okay, damit werde ich meine ganzen Freunde retten. Na, los, na, los. Ich muss meine Freunde retten. Boah, Freunde, haltet durch. Ich rette euch. Oh nein, da vorne sind die. Das kann doch nicht sein. Hier sind so viele Sofis. Na, los, na, los. Wartet, Leute. Ich habe eine Idee. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Und alle in der Kongo. Was machst du da? Nein. Ich habe die Idee getötet. Los, los, Leute. Ich bin scheißgeroll. Alle in der Kongo. Oh Mann, was ist da jetzt noch passiert? Leute, ich habe es, glaube ich, geschafft, oder? Ja, ich habe es geschafft. Die ganzen Zombies sind weg. Oh yeah, Leute. Boxy, dein Ernst? Du hast alles kaputt gemacht. Warte mal, was meint ihr bitte? Ich habe euch doch gerettet, oder nicht? Schaut mal, da sind alle Zombies weg. Das hat auch gehört zu blitzen. Und ich habe es geschafft. Eine schlechte Tat nach der anderen. Geh weg. Du kannst doch nicht einfach die ganze Stadt in die Luft sagen. Sag mal, spinnst du? Warte mal, die ganze Stadt, hör zu, Leute. Die Zombies sind aber jetzt weg. Ich habe euch doch gerettet. Ich meine, oh, das Loch ist echt ziemlich tief geworden. Tut mir echt leid, Leute. Das war doch nicht meine Absicht. Zieh, Billy hat mir erzählt, dass der Dorfplatz 20 Jahre gebraucht hat, um errichtet zu werden. Und du hast ihn einfach kaputt gemacht. Hör mal zu, Billy. Das war doch echt keine Absicht, Mann. Das war echt nicht meine Schuld. Tut mir leid, Leute. Also, ich gehe jetzt nach Hause. Tschüss. Warte mal, Luke, ganz ruhig. Hey, Leute, ich habe es doch nicht extra gemacht. Ich wollte euch doch nur helfen. Ganz ehrlich, ich bin hier nie wieder bei mir. Geht gar nicht. Hey, Alina, warte doch, bitte. Oh, Mann. Was ist denn los mit euch, Billy? Du bleibst auf meiner Seite, oder nicht? Ich enttäusche dein Verhalten. Komm, Billy, wir gehen rein. Warte mal, Leute. Oh, Mann. Ey, das war doch nicht extra, Mann. Ich wollte euch doch nur helfen damit. Ich meine, ich habe es doch eigentlich geschafft, Freunde. Was haben die nur alle gegen mich? Los, lass uns einfach die Tür zumachen. Tschüss. Leute, bitte. Oh, Mann. Mann, das kann doch nicht sein. Oh, doch nur, Leute. Ich habe die ganzen Löcher repariert. Jetzt ist die Fläche wieder sauber. Wirklich, ich habe mir echt Mühe gegeben. Oh, Mann. Die sind schon alle weg. Das kann doch nicht sein. Oh, Mann. Freunde, ganz ehrlich. Weg mit der Rüstung. Das kann doch echt nicht sein. Was haben die nur alle gegen mich? Ich habe wirklich nichts gemacht, Mann. Ich gehe weg, Alter. Na los. Das brauche ich auch nicht mehr, Mann. Und den Kugel brauche ich auch nicht mehr. Ich mache auch gar nichts mehr, Alter. Oh, Mann. Na los, Freunde. Ab jetzt in mein Haus rein. Ich werde mir jetzt ein Boot bauen und ganz weit hier abhauen. Ich habe da echt keine Lust mehr drauf. Ab geht es in mein Haus rein, Freunde. Dap, da, dap, da, dap. Okay. Na los. Stell zu meiner Kiste. Mein geheimen Code eingehen. Bam, bam. Ich werde mir jetzt einfach ein Boot craften und hier für immer abhauen. Zack, 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 zack. Bam. Ey, ein Boot. Perfekt. Damit werde ich mich jetzt verziehen von dieser blöden, von diesem blöden Dorf, Mann. Auf Nimmerwiedersehen. Ich gehe hier weg. Dap, da, dap, da, dap. Äh, wartet mal. Freunde, was ist denn jetzt bitte in der kurzen Zeit passiert? Hör? Wieso sind hier riesige... Äh, einen Moment mal. Ist das etwa ein Gitter? Äh, da vorne ist Alena. Hey, 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 hey. Was habt ihr bitte gemacht? Luke, da vorne bist du ja... Leute, wieso ist hier ein riesiges Gitter um meinem Haus rum? Was ist hier bitte passiert? Unser Dorf ist jetzt eine orxifreie Zone. Äh, warte mal. Was? Eine orxifreie Zone? Oder wieso das denn bitte? Du hast deine gerechte Strafe kassiert. Meine gerechte Strafe? Hier hinter Gittern? Äh, was macht ihr bitte mit meinem schönen Dorf? Äh, mit meinem schönen Haus, meine ich natürlich. Ja, selber schuld, wenn du sowas Schlimmes machst. Wirklich. Oh, Mann. Ganz ehrlich. Jetzt sag mir doch bitte, was habe ich bitte gemacht, Mann. Ich meine, ich lebe hier doch nur in meinem Haus, Mann. Wieso sperrt ihr mich hier jetzt ein? Hä? Wie hat dir das überhaupt so schnell bitte gebaut? Luke, warst du das? Oh, ja. Ich war das ganz alleine mit dem Zwei. Okay, und dann, äh, werden wir jetzt einfach gehen, würde ich sagen, oder? Ja. Ihr wollt einfach gehen, äh, Alina, wartet doch mal. Oh, Mann, Freunde. Jetzt wartet doch mal. Ihr habt mich einfach reingesperrt. Was soll das bitte? Na, los. Ich werde einfach dieses Gitter hier aufmachen und dann abhauen. Oh, oh, Mann. Das ist doch nicht deren Ernst, Freunde. Könnt ihr mir bitte wenigstens kurz helfen? Lasst bitte schnell einen Like, dann habe ich dieses Gitter aufbekommen. Na, los. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und boom, ey. Jetzt alle liken. Na, los. Das Motto hätte nicht klappen. Bitte, Freunde. Wie wenigstens ihr. Und, äh, äh. Wartet mal. Das war das falsche Gitter, Freunde. Oh, Mann, Leute. Ihr müsst nochmal liken. Na, los. Na, los. Na, los. Auf drei. Eins, zwei, drei. Und, äh, jetzt sollte es klappen. Äh, wartet mal, Leute. Hasst ihr mich etwa auch? Was macht ihr bitte? Ich möchte dieses Gitter hier aufbekommen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Und, äh, wenigstens. Dankeschön. Äh, äh, äh. Zack, ey. Perfekt. Dankeschön, Leute. Oh, Mann, ey. Auf geht's zum Steg. Und auf Nimmerwiedersehen. Zack, zack, zack. Bam, ey. Direkt ins Boot rein. Oh, Mann. Mann, ich hau hier einfach jetzt ab, Freunde. Ganz ehrlich, ich hab keine Lust mehr darauf. Mann, das wunderschöne Dorf. Ich hab's so geliebt. Äh, warte mal. Seht ihr das? Hey, Orxy, warte mal. Wir können uns darüber reden. Warte mal, Luke, Alena. Wieso seid ihr denn jetzt hier hingekommen? Ich wollte gerade die Stadt verlassen, weil ihr alle so fies zu mir seid. Ihr hasst mich alle einfach. Wieso hasst ihr mich denn? Wir wollten dir eine Chance geben, Orxy. Deswegen wollten wir, dass du noch einmal hier bleibst. Äh, warte mal. Ihr wollt mir eine Chance geben? Du auch, Alena? Ich meine, wir kennen uns ja noch gar nicht so gut. Ja, ja, genau. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Warte mal, eine letzte Chance? Wow, wirklich? Oh, mein Traum liegt mal. Okay, Leute, ich steig direkt ab, 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 ab. Perfekt. Und wo müsste ich dafür hingehen? Was wollen wir machen? Schau mal, wir haben letztens eine Höhle gefunden. Und dort sind ganz schön viele Smaragde und Gold. Und das sind wir alles für uns holen. Oh, das Smaragde und Gold, wow. Okay, das werde ich machen. Das werde ich machen. Dann los, dann los. Wofür muss ich dafür hin? Dann los. Ich komme direkt mit. Und wenn du uns da unten die Smaragde holst, dann kommst du auch mit zu mir nach Hause. Warte mal, echt? Wow, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, Freunde, schaut euch das mal an. Da sind total viele Smaragde. Und dann ist das Diamanten. Ich erkenne es nicht ganz. Wow, wie cool ist das bitte? Na los, hol sie schon. Aber ich habe gar keine Spitzhacke. Wie soll ich da bitte runterkommen? Dein Ernst? Du hast nicht mal genug Geld für eine Spitzhacke. Na gut, hier nimm die einfach. Vielen, vielen Dank, Luke. Und danach sind wir alle wieder Freunde. Richtig, Leute? Ja, ja. Richtig, ja, ja. Okay, na los, Freunde. Oh Mann, ich vertraue denen. Okay, na los. Eins, zwei, drei. Und... Oh Mann, Freunde. Ich muss echt aufpassen. Du hast echt heiße Labo. Na los, schneller. Wir haben nicht irgendeine Zeit. Na los, ich hole sie mir schon. Die ganzen Sachen. Okay, na los. Wapp, 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 wapp. Ganz vorsichtig, Freunde. Und... Warte mal. Wie soll ich bitte da hinten herunkommen? Ich glaube, ich komme da gar nicht hin. Willst du nicht mit uns befreundet sein? Na los. Mach das doch. Ja, natürlich. Ja, die ist heiß. Jetzt noch die Smaragde für uns holen. Oh, okay. Mach ich direkt. Na gut, Freunde. Und... Hoppala. Autsch, 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 autsch. Ich brenne. Autsch, mein Popo. Autsch, autsch, mein Popo. Autsch, 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 autsch. Okay, na los. Das muss endlich aufhören. Bitte, bitte, bitte. Oxy, wir wollen das Geld. Ich meine die Smaragde. Oh, ja, klar. Die Smaragde noch. Okay. Und... Zack, ey. Perfekt. Direkt drüber gesprungen. Wow, habt ihr das gesehen, Leute? Ich bin hier unten. Super, Oxy. Oh, wow. Vielen, vielen Dank. Freunde, schaut euch das mal an. Was ist das mit der Lapskatzuli? Oh, wow. So viel Lapskatzuli. Sehr gut. Oxy, vergess nicht. Du kannst mit uns befreundet sein. Hol alles. Okay, na los, na los, na los. Und die Smaragde. Nein, ich hoffe, die haben das nicht gesehen. Ja, egal. Hier vorne ist ein Smaragde. Oh, wow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bap, bap, bap. Schnell noch dieses Smaragde hier holen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Freunde. Und zack, ich habe direkt die ganze Smaragde. Okay, Leute, ich komme jetzt wieder hoch zu euch. Wow, Freunde, wir sind gleich wieder alle Freunde. Bap, bap, bap. Ich komme direkt. Und hoppala, hier direkt hoch. Perfekt. Jetzt noch einmal hier hoch. Bam, ey, perfekt. Jetzt muss ich hier einmal hoch. Und, hä, perfekt. Und weiter geht es. Okay, Leute, na los. Äh, hoppala. Hoppala. Und bam, ey, perfekt. Und, oh, oh, Mann. Wie soll ich denn jetzt bitte zu euch kommen? Okay, Oxy, gib uns schon mal die ganzen Ärzte, damit sie wenigstens sicher sind. Äh, warte mal, die ganzen Ärzte. Und wie soll ich bitte hier hochkommen, Leute? Hm? Ach, das kriegen wir schon hin. Keine Sorge. Okay, na los. Hier, Luke, nimm schon mal alles. Bap, 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 bap. Perfekt. Hier, Leute, nimm schon mal alles. Oh, oh, oh. Tut mir echt leid. Das war nicht extra. Oh, Oxy, egal. Schau mal hinter dir. Oh, warte mal hier. Ich habe noch viel, viel mehr Sachen. Schau mal ganz viele Sachen. Wow. Okay, Leute. War das gut oder was? Oh, ja. Dreh dich um. Oh, ja. Dann wirst du richtiges Glück erfahren. Oh, warte mal. Was meint ihr bitte, Leute? Oh, Mann. Jetzt sind wir wieder alle Freunde. Richtig, Leute. Oh, wow. Was ist da denn, bitte, Leute? Warte mal hier. Oh, Mann. Mein Kopf tut so weh, Leute. Was macht ihr nur? Oh, Oxy. Dachtest du wirklich, dass wir mit dir noch befreundet sein werden? Oh, Mann, Leute. Was ist bitte passiert? Autsch. Bin ich hier runtergefallen? Oh, nein, Leute. Wartet mal. Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Meine ganzen Zwaragde sind weg. Und die ganzen Diamanten und so weiter. Oh, wartet mal. Denkt ihr, Luke und Alena waren nass? Haben die mich etwa runtergeschmissen? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Okay, wartet ganz schnell. Ich muss ganz schnell mich nach oben bauen. Zack, 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 zack. Oh, Mann, Leute. Ich weiß echt nicht, was passiert ist. Aber ich muss schnell nach oben. Zum Glück habe ich hier noch ganz viele Pleckel gefunden. Äh, äh, äh. Zack, direkt hier hoch. Oh, Mann, ey, Leute. Was ist nur passiert? Tapp, 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 tapp. Na, los, na, los, na, los, na, los. Äh, wartet mal. Was ist bitte da hinten los? Hm, warte mal. Ich verstehe. Du warst es also. Äh, Leute, Leute, Leute. Was ist hier bitte los? Alena, Luke, worum geht es hier bitte? Oh, Mann, was ist hier bitte los? Habt ihr mich echt runtergeschobst? Oxy, es tut uns so leid. Wirklich alles, was wir gemacht haben, er war es die ganze Zeit. Warte mal. Wir wussten das doch alles gar nicht. Warte mal, warte mal. Worum geht es hier bitte? Was meint ihr? Oxy, ich habe schon die ganze Zeit ein Auge auf dich geworfen. Ich bin dein größter Hater. Warte mal. Was? Mein größter Hater? Was hat das zu bedeuten? Wieso hast du mit der grüne Farbkleckse bei dir am T-Shirt? Äh, frag doch Luke. Luke, worüber geht es hier gerade? Was ist hier los? Oh, Mann, du weißt nicht, was er gemacht hat. Wir dachten, du wärst das. Also, naja, er hat die grüne Farben von den Schildkröten, die er, naja. Warte mal, was? Oh, ja, er hat sich als du ausgegeben und hier überall in der Stadt Unsinn gemacht. Warte mal, was? Überall in der Stadt Unsinn gemacht? Oh, Mann. Deswegen hatten nämlich alle gehasst und Billy auch. Oh, ja, genau deswegen. Aber er war es die ganze Zeit. Na los, verziehe ihn. Oh, Mann, ganz ehrlich. Du bist so was von fies macht, dass du wegkommst. Los, geh weg. Ich habe das nur gemacht, weil du es nicht besser verdient hast, Oxy. Warte mal, wieso magst du mich denn bitte nicht? Ich finde es halt einfach übertrieben blöd, dass du immer mit deinen Freunden spielst. Warte mal, dass ich mit meinen Freunden spiele? Oh, Mann. Und was hast du bitte vor? So vieles. Zum Beispiel unter deinem Namen die ganze Stadt zerstören. Warte mal, was? Oh, nein, Leute. Zieht euch zurück. Warte, hier irgendwo ist doch noch meine Ausschussung umliegen. Da vorne. Okay, ich habe eine Idee. Hör zu. Du wirst nichts mit der Stadt machen. Ganz ehrlich, ich werde dich besiegen. Was willst du denn jetzt machen? Mit dem TNT noch mehr in die Luft jagen? Komm her. Du bist sowas von fies. Komm her. Oh, nein. Los, Oxy, du schaffst das. Rette uns. Okay, und zack, zack, zack. Nimm das ganz ehrlich mal in die Kombi und bam, ich habe ihn, Leute. Ich habe ihn besiegt. Du hast es geschafft. Du bist unser Held. Ich habe es echt geschafft. Oh, Mann. Echt? Bin ich echt euer Held? Es tut uns wirklich leid, was wir gemacht haben. Ja, genau. Wir hätten das nicht machen sollen. Ich meine, ich bin ja die Neue und ich hätte das gar nicht machen sollen. Es tut mir wirklich leid. Oh, das ist schon in Ordnung, wirklich. Leute, ich habe mitgehört. Warte mal, Willi. Hä? Wow, Willi. Hast du das gehört? Ich war gar nicht schuld. Das war dieser Professor. Den habe ich gerade besiegt und die Stadt ist wieder sicher. Ich habe es die ganze Zeit gewusst, dass du unschuldig bist, Oxy. Warte mal, Echt? Okay, danke schön. Ich habe das eigentlich nur gemacht, damit mein Bruder nicht böse auf mich ist. Okay, wollen wir jetzt einen Kuchen backen? Ich finde dich super toll, Oxy. Oh, einen Kuchen backen? Wow, okay, Leute. Bitte, lasst uns einen Kuchen backen. Oh, Mann, Freunde. Let's go. Alles gut. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst du mir ein Like und ein Abo da. Falls ihr mehr Videos mit meinen Freunden Billy, Alena, Billy, Willi, wie die auch alle heißen möchtet, dann drückt unbedingt jetzt hier auf die nächsten Videos, Freunde, denn die sind auch mega, mega cool geworden. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video und hier sind noch weitere Videos eingeblendet. Eins, zwei, drei. Drückt drauf. Abonnieren. Tschüss. 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 Vielen Dank.